sie heute meinen wir haben spiegelverkehrte Dinger wieso was er auch was so ist er anstatt knapp ja wenn ich viel verspielt soll ich möchte doch ausmachen war zwar kurz es ist du bist doch so lieb um so und teams will auch nehmen versteckt ihn immer so in die einstellungen weiter optionen sprach Dauer Dauer senden Dauer senden das sind wir wieder es kann losgehen und sie sehen hier irgendwelche komischen blauen mädchen wahrscheinlich nicht vom Mars tränalala aber es ist auch ein grünes mädchen auf dem platz das fällt gar nicht auf Prozent und was machst du da eigentlich ich habe keine Ahnung ach du auch nicht Moment mein Ball mein Ball ja er hat Goldspieler jetzt aber voll nicht der Profi nee 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 der tut mir so immer dieser Hamster bist du ein Goldhamster ne ja klar mit meiner Mannschaft ne aber Profi bin ich jetzt wirklich nicht also ich auch nicht Goldspieler die kannst du ja so kaufen ja 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 da was war das denn das gibt sofort rot ach man gelb der hat doch die falsche Karte genommen guck mal guck mal guck mal guck mal was ich mache ich lauf die ja du hast mich voll umgerammt hier hier das ist doch nicht kein American Football Junge ja okay da bin ich falsch ja ja die verstehen sich blind ja ich höre auch so selten im Auge oder allalala Mimimi nähe und er hat dabei da und er hat wobei hier noch mal gelaufen dass da ja da haben äh nicht du laufen nicht laufen krieg ich den da vorne nehmt gut Stor ja jaja ja renn gegen Pfosten ey haha sah doch grad so aus ey jo jo pong oh scheiße öff wenn ich nur den Ball vorhin will da auf einfach ups danke ups ja gut das ist das ist ja wenn ich höre so pff du bist so was von dem BAU machst du da eigentlich in der Eigentor oder wat tatsächlich Du bist ein Urschi. Ja, soll ich dir mal helfen. Ach so, ja, danke schön. Der arme Zeug der Torwart. Der arme Zeug der Torwart. Ich hab mich jetzt das erste Mal spielen lassen, macht er direkt einen Eigentor. Hallo. Komm darauf, geht klar, ey. Ey, fünf Leute drumrum und keiner kriegt einen Ball. In der Mitte ist viel Platz, ja. Guck mal, ich kann auch Küpper machen. Ich kann auch Ball fallen lassen, so mit dem Lauf, nee. Doch kann ich, haha. Gesehen? Uiuiuiui. Ein gutes Passspiel, da kommst du nicht zwischen, sag ich dir. Oh nee, ich wutsch aus, sorry. Immer diese Bananenschalen hier. Diese Fans, die immer diese Bananen essen. Es muss doch bestimmt ein Freund der Affe sein, oder? Ey, lässt du den Quatsch mal? Nö. Gut. Das sieht nach einer guten Torchance aus. Ich bin nicht mal fünf Kilometer vorm Tor, aber nein, das sieht total an der Torchance aus. Weil, äh, warum? Ich kann nicht mehr. Was machen die da, Alter? Die geben mir den Ball, freundlicherweise. Ich hatte drum gebeten. Ey, meiner. Ja, der Pass kommt an, äh, fragt sich nur zu wem. Boah, ey, das war ein 50 Meter Schuss hier. Ach nee. Boah, guck die Stadt an, guck die Stadt an. Das war ja, achso, halb, ich dachte... Ich dachte auch faul. Okay. Ja, also, ich weiß nicht, durch meine Hornbrille, das war so ein bisschen schwierig. Ich find diese Kommentatorin total genial, ey. Ja, ich hab die schon ausgestellt, weil die mich total nervt. Ach, die kann man ausstellen? Geil. Wo denn? Oh, ich such das immer. Auf Audio. Auf Audio. Ja, auf Video hätt ich sie auch ausstellen können. Äh, damals ist das mein Team? Ja, ähm, ich hab mir letztens Karten wieder geholt. Äh, Linksverteidigung. Ja, das, äh, pack dich mal da hin. Äh, so, äh, pff, was hab ich noch hier? Einmal diese Zeit... 5 Sekunden! Ja, ich hab einen ausgewechselt. Juhu! Schaffen wir's denn auch wenigstens in den letzten einer Sekunde. Ich hab einen ausgewechselt in der Halbzeit. Ich find das total knapp im Essen hier. Warte. So, jetzt muss... Ey, ich drück ich Start oder tue ich nur so? Ey, Junge. So. Also, man kann 5 Minuten damit verbringen, seine Spiele auszutauschen. Äh, rrrr, patapata, Stürmer. Och, die sehen ja noch gut aus. Die sind ja richtig fit hier. Kommt dat denn? Oh Gott, der sieht nicht mehr gut aus. Komm. Du gehst raus und, äh, ja, ne, der Rest sieht eigentlich nur halbwegs... Es ist ja, wenn du keine Bronze mehr hast, sondern Silber, ja, dann, äh, halten die auch länger durch. Äh, und nicht nur so 5 Minuten. Hui! Schalalalala, wo rennst du hin? Au! Meine Ffffern! Hab da dat gesehen, ey! Voll die Bananentor! Ne. Oh. Doch nicht Und wieder hält er Und wieder kriegt er einen Ball Und was soll ich denn damit Moment, das sieht aus wie Training, genau Wir trainieren hier eine Runde Ups, scheiße Mensch, so ein Ding aber auch Ja, also da hat der Gegner Geh ne Chance Schein aber auch So ein, oh ja, auswechseln Darf ich auch mal nochmal Ich hab ja noch einen frei, ach ne, später, ne Wie die waren überflüssig Ey, ey, lässt du den Quatsch mal hier Der ist über Ameisenknochen Tschalala Ja hier, guck doch Da, ähm Ja, ja, klar Stolperstein Stolperstein, äh, schalala Kuckuck Na, 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 ui Da ist er schon wieder ein Mann, wo bist du überall Boah, das war ein Pum Das war die Flanke in die, äh, Fanmeile Tschui Jetzt hast du gedacht, jetzt nehm ich mal so richtig Anlauf und dann hüpft der über den Ball Hast du's gesehen Hahahaha Hahahaha Ey, lässt du, ne, das? Äh, ja Ey, cool, der hat mal erkannt, dass Mittelfeld ist Findest das auch geil, wenn er dann so erzählt hier nach dem Motto, eine Superabwehr und tralalau, du bist doch im Mittelfeld? Ja, hallo? Ihh, hallo? Äh, ja, superabwehr! Jo, Finde ich auch Schакli Lali Lululu Was machst du da eigentlich? Triksie! Uiiii Meine Schüsse sindaa Also meine Schüsse sind auch gerade echt. Die sind echt? Hast du schon mal unecht geschossen? Ja, war gut, ne? Mann, ich hab gerade die ganze Zeit Escape gedrückt. Du hast Escape gedrückt, weswegen? Ja, ich will wechseln. Achso, stimmt, wechseln. Moment. Hallo. Ich konnte einfach gar nicht wechseln. So ein Käse. So, wer ist denn jetzt noch platt? Oh, natürlich der Stürmer. Weil der stürmt ja den ganzen Tag nicht hier. Ich hab ne gelbe Karte. Achja, da war ja was. Tchalala. Diese Ameisenknochen. Warte auf, Gegner. Beeil du dich. Die Zeit tickt. Und dann machst du Boom. Schagalaga. Warte, ich glaube, ich bring den noch. Oh, ne. Ja, jetzt ist die Zeit leider schon um gewesen. Und er klaut mir den Ball hier frecherweise. Ja, ich kann doch gar keinen mehr austauschen. Spiel aufgeben. Ne, anpassen. Geil, ich hab jetzt einfach gar nicht gewechselt. Ich hab zwei verbleibenden Wechseln, hab ich jetzt noch. Mhm. Ja, du hast ja 1000 Goldspieler hier. Ne, ne, ne. Frechheit. Ach, quatsch. 1000, 2000. Ja, gut. Ich wollte es ja nicht so übertreiben. Immer dieses Goldhamster mit ihren Goldkarten. Grrrr. 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 Ich nehm einen Schluck Wasser hier. Einmal. Einmal über den Kopf. Er hat es echt nicht angenommen. Was ist mit dem falsch? Grrrr. Ja, mhm. Grrrr. Grrrr. Da kann man daran falsch machen. Also, äh, ich hab's ja auch schon dreimal geschafft. So, weiter. Ja, jetzt aber. Juppi. Ja, jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt ist ein Wechsel hier im Anmarsch. Ähm. Oder so. Was der immer erzählt für'n Quatsch. Da ist ein Wechsel im Anmarsch. Äh? Äh, was macht der? Schuhe binden? Okay. Ja, wir wechseln hier alle. Die Unterhosen. Schulz mit Lenz und... Ja, und der hat ihn unterstellt. Stürmt er aufs Tor. Und, äh, was war das? Was war das, ey? Nichts. Und der Keeper. Er läuft wieder voran. Äh, ja. Rrrr. Tchalala. Wo bleibst du? Waa? Huu? Boah, wat nen Foul, ey. Da fliegt er selber 50 Kilometer durch'n Strafraum. Und schieß doch, Mann. Boah, ey. Ist dat ideal. Da kam nicht drauf klar, wie der Torwart gelaufen ist. Hahaha. Er hätt ihn fast gehabt, ne? Also ich hab echt nen super Torwart. Ja, aber guck dir das mal bitte an, warte. Schön getunnelt hier. Warte, jetzt müssen wir nochmal gucken. Warte. Oh Mann, das sieht man nicht. Der ist krass lustig gelaufen. Ach, du kannst doch selber krass lustig laufen. Komm hör doch auf ey. Hast... schon mal am es da laufen sehen? Ich hab's schon immer daheim. Ehhhhh. Zählelelele. Da krieg ich auch mal ein Tor hin. Waa? Hab ich eigentlich schon eins in dir, ne? Doch. Ich hab eins gemacht sein. Ja siehste! Hallo! Darf ich mitspielen. Tralala. So leicht dragged. Uhu. Wenn ich mal ein Männchen hätte Dann hätte ich doch ein Männchen Wer kriegt als nächster den Ball Vielleicht der Keeper oder das Tor Ich weiß es noch nicht Ping und Pong Und Ping Pong Und ja Und der passt wieder nicht an Oh schade Verbindungsabbruch So soll ich der Stecker ziehen Boah ey Ich hab Tränen in den Augen vor lachen Warum das denn bloß Hab ich immer wenn ich mich kaputt lache Alter Schwede Ja so ein Eigentor Sag ich dir Ja Aber ich hab ne Belohnung bekommen Boah du hast ne Belohnung bekommen Ach ok Ich hab ne Belohnung bekommen kann doch mal passieren Also ich hab ein Eigentor gemacht Und krieg deswegen Hast du teuer Gebrach dir Christowatt Na dann Sia